Die schwerste Prüfung für Abrahams Glauben Und Gott sprach zu Abraham, Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moriah und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. 1. Mose 22, Vers 2 Als Abraham 120 Jahre alt war und in Beersheba wohnte, bekam er eines Nachts in einer Vision den erschreckenden Befehl, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak. Geh mit ihm ins Land Moriah auf einem Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir dort als Brandopfer. Seinen Sohn, seinen einzigartigen Sohn, den Sohn der Verheißung, sollte er opfern. In dieser Nacht fand Abraham keinen Schlaf mehr. Gott hatte ihm versprochen, dass sein Name und Geschlecht von Isaak weitergeführt werden sollte, doch jetzt wurde sein Glaube auf eine harte Probe gestellt. Abraham hatte sich an die Verheißung geklammert, dass er von seiner Ehefrau Sarah einen Sohn bekommen würde, und Gott hatte sein Versprechen auch erfüllt. Gott klammerte Ismael aus dieser Sache aus, denn er sprach von deinem einzigen Sohn Isaak. Gott hatte Abraham zugesagt, dass seine Nachkommen durch Isaak so zahlreich sein würden wie der Sand am Meer. Als Abraham nun in die Nacht hinausging, meinte er die Stimme Gottes erneut zu hören, die ihn 50 Jahre zuvor aus Chaldea herausgerufen und gesagt hatte, siehe hinauf zu den Sternen am Himmel. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Konnte das wirklich dieselbe Stimme sein, die ihm nun befiehlt, seinen Sohn zu töten? Er ruft sich die Verheißung ins Gedächtnis, ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen? Der wird auch deine Nachkommen zählen. Ist es nicht er, die Stimme eines Fremden, die anordnet, seinen Sohn zu opfern? Kann Gott sich selbst widersprechen? Soll sich Abraham der einzigen Hoffnung auf die Erfüllung der Verheißung berauben? Muss er kinderlos werden? Doch Abraham überlegt nicht weiter, er gehorcht. Seine einzige Hoffnung ist, dass der Gott, der alle Dinge tun kann, seinen Sohn wieder von den Toten auferweckt. Das Messer ist erhoben, doch es senkt sich nicht, denn Gott ruft, es ist genug. Der Glaube des Vaters und die Unterordnung des Sohnes sind bis zum Äußersten geprüft worden. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Abrahams Prüfung war die härteste, die einem Menschen auferlegt werden kann. Hätte er sich damals von Gott abgewandt, wäre er nicht zum Vater aller Gläubigen geworden. Wäre er von Gottes Gebot abgewichen, hätte die Welt ein großartiges Beispiel für Gottvertrauen und Sieg über Unglauben eingebüßt. Nichts ist zu kostbar, um es Gott zu geben. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!